An mit der jungen Frau, deren Telefon genau weg und lang geht, Lola Kahn-Holz! Und wenn sie wohl beten will, nur so ein Ackerschnacker funktioniert, Lola Happy Luise Lüse bringt, euer Kind! Mit einigen Millionen im Bechtung, Christen Quaterkanzer, wie du siehst! Und der Herrn Heinrich, die sorgt immer dafür, dass die Kommunikation funktionieren darf, er schon immer kann! Und den Mann und die Kellerredaktion, Eddie, weg! Mann! Läger, Lola! Und die arme Frau, die ihren Verlob so hassen, muss die Knöpfeig auf ihren Haaren! Läger, Lola, 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 Lola! Tja, und dem Bodoabzug sind sie gar nicht so schlecht, gut. Und urge mich, ich hab mal mehr sägen! Hüt für uns der aspiration gegen Böck Sims. Ja, dann geht's noch ein, den wird man nicht krank, ob er nun wieder vor krank geht. So haben wir den only Dave Adrigos. Tja, und wenn du all seine Richtigkeiten hätt, und jeder, wenn man ihn so schnacken hätt, hätt doch in Udilieka singt. Für Tusch, Fanfare, Klingeling, und für all den Dörfer, dass das Stück, wie hier auf Düsseldorf gekommen ist, Dörfer hat Valerie Gitarsohn. So, uns gehören doch noch viele andere, und doch Achtung, sind viele doch vor dem Memorien piken? Igge Kana, wo bist du? Dort, die kann ich nicht sehen. Dort ist sie, Anita Lorenz, Ruth Fischer, Elke Ellermann. Wo hättest du noch weggenommen? Nee, dort wird der nicht vergeben. Und ganz besonders an ihr, und ganz besonders an Hütting oben, dank Vikari und Uwe und Christa von Helden. Sie helfen hier oben, dafür soll ich, dass Ava zu trinken und zu eten haben. Vielen Dank, Jo. Ach, das Riesen. Ja, aber dann haben wir noch natürlich den Fondsstöten. Und, ich dachte, die Sternklar, David Verho� undemberg klyft. Applaus